so während ich mich hier mit rios nie unterhalte und yuki ist nicht mehr abwarten kann mit seinem hallo hier fangen wir jetzt hier mit der zweiten hälfte an jetzt kommen die booster strecken pass tracks und ja ich wechsle mal den character ich würde sagen weil er mich all die jahre so treu begleitet hatte nämlich joshi ich habe mit lukario gewaltten gerechnet lukario als fahrer das wäre schon schon geil haben eben mit channel öffnen und lukario erstellen welchen joshi soll ich nehmen welche farbe und ich mag kein rot hellblau hellblau das gefällt mir schon eher dunkelgrün gesprenkelt ja geil wenn es so ein joshi geben würde gift joshi dann machen wir mal 150 ohne teamstandard blablabla das passt alles noch wir bekommen andere computer oder ja denke auch weg mit dem affen da kommt er gleich wieder ganz viele affen kommen dann plötzlich dong kong didi und funky so zweite hälfte der goldpilz cup ab nach paris ja ich will mich nicht verdrücken lass mich wage es dich dich zu verdrücken das wird das letzte mal sein dass du dich verdrückst wir wollen noch drei stunden spielen was nicht verdrücken jetzt ich kann noch hier bleiben oh neupunkt oh link ist link und tot sind zurück ach lucky two geh mal weg mit dem ey hey wiggler spielt mit rüdiger fährt im geiste mit uns du mag ich mann wo sind die hochauflösenden texturen denn auf einmal hin es sieht so aus als ob einfach jemand drauf genießt hat oder so keine ahnung vor allem diese büsche hier das sind so das sieht alles schon so eher gamecube zeitalter mäßig aus wenn du nett sein willst nennst du es gamecube wenn du nett sein willst ja sechste pokemon gen remake würde ich nehmen mit der grafik ja wenn es nicht kamen wie game day hat wesentlich bin ich auf dem boost streifen stehen geblieben da fliegenbananen muss die groß werden da war ne itembox vor mir ok ok der ist nicht auf dem fliegen in der rote auch kommt die pflanze naja ich konnte mich noch verdrücken aber oder auch nicht gedrückt mich nicht yuki und anschluss noch mal spiegel ja ja da ist jemand unsichtbar geboren vor mir höchstens vielleicht noch ein zwei runden battle oder so spielen oje auch nach dem turnier bin ich komplett raus ich mach dann kein battle mehr mit oh das geht ja da lang wo willst du hin das auch ne ich seh nichts ich seh nichts wo gehts hin nein es geht nach unten oh hallo ah 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 geisterfahrer er ist auch gerade entgegen gekommen ey geisterfahrer ja fern hier wieder entgegen dass er alle so entgegen kommt haha die pflanze hat mich gebumst warte was hatte sie lange schmale ranken ja ah jetzt hat sie mich gefressen mit ihrem bruder alter wow da wird die banane gedroht ja oh hallo oh na ich hab die banane mitgenommen oh oh schade ach war wild yuki noch gerammt ey das macht kiame auf dem ersten es ich hab keine ahnung hat sich jetzt auf wie letztes mal hast du auch das erste rennen gewonnen direkt fand ich was ich weiß gar nicht mehr Alter ich bin von drei stunden her frag mich nicht ach doch ich weiß das noch das war irgendwie nach diesem gedächtnis reset das erinnert mich an diesen einen pokémon-kampf den smash und dich hatten den wir haargenauern nachschreiben oder welchen pokémon hattest du da hattest du da potrott oder ich glaub ja irgendwas mit paralyse und die paralyse hat genau am gleichen zug auch gegriffen wie beim ersten mal das war so lächerlich ich hatte glaube ich mein mega schlappohr auf dem feld ja und ich hatte mein medit hier das scheiß wie hat das war ein killer ich glaub es hat zwei oder drei meiner pokémon gewonnen shotted kann sein ich weiß nicht mehr hier klärt nicht mit agrostella und goofer oh god im kampfbaum ey wir haben das gerockt bis zum pantymaß kam ja das war schrecklich die kämpfe haben es immer so 10 minuten gedauert aber ey du machst ein bisschen schaden und ich mach die defense ich hab als goofer keinen einzigen angriff ok agrostella ok ja ich will auch nicht wirklich schaden machen aber du hast wenigstens angriffe ich wollte einfach nur croissant pressen ha 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 aua feuer seh schon war rosalina schon wieder in der nähe ich weiß nicht immer aber ich stieg so nach rosalina ich hab die karte gar nicht bekommen und draufstehen den drachen gekriegt ganz merkwürdig oh feuer das war von mir äh äh heiß ja ne heiß doch oh ne oder deine drei schlimmsten Feinde nimm mal einen mit ne oh mein Gott oh mein Gott jetzt wollen sie mich haben das war knapp sie wollen dich immer haben oh Gott der Yoshi oh Gott der Yoshi oh Gott der Yoshi mhm NEIN oh das ist der Hund der Hund der Hund der Hund ne oh jetzt geht schon wieder los mit den Blitzen mhm ich wollte gerade über die Rampen fahren du musst wirklich so einen Blitz-Counter haben oh oh Yuki ich hab A gedrückt es wäre auch wieder zu gut gefahren hat Yuki dich noch ungeholt? ich bin hier ganz unschuldig auf dem dritten boah jetzt komm du hast mich platt gefahren Rapper das tut mir echt leid ja ja gratis spiel aber ich kam da halt von der Seite so reingebrettet mit dem Pilz ring ring das hat sich angehört die Werner so reingebrettet ja auch reingebrettet moin Meister mit dem Würstchen im Lenker moin Meiner ich hab mir nicht vor mit dem Würstchen im Lenker mit dem Würstchen im Lenker mach das mal gibt's auch mit Senf ich glaub das guckt sich heute heutzutage nicht mehr so gut ja wahrscheinlich muss man testen die Leute würden voll ausrasten ey das ist ja alles ey das können die doch nicht machen das ist alles überhaupt nicht Vogue und so Hanovera Yuki and oh 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 er sponsert mich er sponsert mich er wird ja geschubst ey da kommt wieder der Hund um die Ecke ja und das komische Röhrending ey du Körner komische Röhre da ja das war eine Röhre nur hallo stopf die mal ganz schön sexistisch von dir will ich mal rein hier ne aber gutes Thema eigentlich gutes Gesprächsthema oder Yuki alter du Penner weil du vom Felsen getroffen wurdest hast du mich runtergeschubst oh ja wow was war das für ne Wombo combo was war das für ne Wombo Combo ich habe ich mit den kleinen Zähl gestoßen ich kannste es mal Ich war ganz fein, so ohne Hörnmonster. Au! Ich hätte das für Hunde. Ach nee. Wo kommt denn der her? Ich mag kein Schoko. Ich bin auch kein Schokofreund. Können wir nicht Erdbeermilch, Lumpf oder so? Boah, hier ist der Vollgasmite von Keanu. Nein, 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 nein. Verdient. Ich konnte weiterfliegen. Boah, muss Adina natürlich gleich gleich sternaktiv gewesen. Hilfe, hinter diesen zwei Sterntypen. Lula, ich hab deinen schlimmsten Feind. Nimm mal. Ich hasse ihn. Ja, der kommt gleich noch mal wieder zurück. Nee, bitte nicht. Moop, Moop, Moop. Moop, Moop. Warte, ich seh nix. Beeps. 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 Ah. Oh. Wer hat deine Banane gewollt? Sag mal auf damit. Nein. Bleh. 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 Der nächste Yoshi. Yeah, die Yoshis. Die Yoshis müssen zusammenhalten. Nein. Oh, du Sau. Ja. Du kleiner Penner. Schon wieder ein blauer. Alter, Yuki. Verdient. Verdient. Ich glaub's. Genau nachdem der... Alter, was ist denn grad los? Hallo? Nein. Äh. Oh, da kommt... Was hat Luna auf dem Vorsprung? Ist doch nicht wahr. Ey, wurde ich jetzt echt von dem Kugelwili noch überholt? Luna, du hättest ruhig noch den blauen mitnehmen können. Nee. Oh, drei Leute auf dem ersten. Oh, Mann. Zum Glück war das nicht die letzte Runde. Drei Kronen. Das ist ja cool gewesen. Alle kriegen ein Spiel von dir. Alle drei kriegen ein Gratisspiel. Oh, shit, ey. Oh, cool. Oh, Kokospromenade. Ja, Kokospromenade. Dass ich mal drei Typen auf der Weltkugel sehe, die ne Kronen aufhaben. Ja, sei froh, dass du das aufgenommen hast. Das schneid ich raus. Das sieht aus. Aus. Boah, es wäschelt euch ja gar keine Krone auf. Das setzt dem Ganzen die Krone auf. Ja, aber wirklich. Schön, dass du das sagst, was ich denke, Keanu. Ja, ist doch immer so. Das ist unheimlich. Ja, der Luna macht das dauernd. Nuda ist nachgelassen. Ich bin gegen die Luna gefahren. Oh mein Gott. Wo ist mein Roter hin? Nobara wurde eigentlich voll weggesmashed. Und dann war sie auf einmal wieder da. Wo du es bei mir mit weggesmashed war? Ja, aber erst nachdem ich dich weggeschossen hab eigentlich. Jetzt ist mein Roter einfach implodiert, oder? Ich hab keinen Roten gesehen, außer in deinem Gesicht. Doch. Ja, der kann wohl nicht. Oh, schade, der Bananen-Sniper. Alter, warum bin ich denn hier? In der Kokos-Promenade. Ja, danke für den Tipp. Ja, danke für den Tipp. Oh, das ist ein Press-Tempel. Ja, der Shot! Der Sniper-Shot, ey, jawoll. Ja, bitte sehr. Uah, der Autor, Keanu, all das hier, all das hier, hallo! Aua! Was soll das? Aber Luna! Aber Yuki! Sorry. Tut doch nicht so aus, dass du mir leidtun würdest. Ey, die sind halt gerade gespawnt. Guck, Luna, und schubst richtig krass. Ja. Hättest du mal in die Banane fahren können, Mensch. Bin ich extra hingepackt. Aua. Was soll das jetzt extra lang sein? Hör mal. Nein. Karma ist ne Bitch. Ja, der Grüne. Der erste sieht richtig aus. Trinkt der Blau auch nicht mehr so krass, wo wir alle in den Tabs gekommen haben. Au! Yuki! Hä, ich bin recht schnell angepackt, ich hab gar nichts gemacht. Du hast mir die Eiterwurst geklaut. Du hast mir die Eiterwurst geklaut. Ich fahr selber in die Hand. Hä, ich hab sie gerade gesehen. Alle in die Banane rein, die ich selber hingepackt hab. Jaaa. 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 Jaaaa. 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 Ich bin nur aber raus vorne, das ist halt die Kokospromenade.